Die erste Stufe des Manifestierens ist die Ebene, über die die meisten Menschen ihr Leben bewusst bestimmen. Im Grunde genommen ist das, was sie verwirklichen wollen, eine Vorstellung, die ihnen von der Gesellschaft oder ihren Eltern vorgegeben wurde. Etwas, das sich in der Welt verbreitet hat. Und sie nutzen die Gesetze des Manifestierens, um die Dinge zu bekommen, die sie wollen. Und oft stellt sich mit der Zeit heraus, dass es nicht wirklich wahre Verwirklichung war. Es war nicht wirklich etwas, das tief aus dem Inneren kam. Es war einfach nur etwas, das in dem Moment beliebt war, und nachdem sie es bekommen haben, waren sie vorübergehend glücklich, nur um einige Wochen später festzustellen, dass es keine echte Freude war. Viele Menschen handeln auf dieser Ebene, aber daneben gibt es das, was man das wahre Verwirklichen nennt. Wahre Manifestation bedeutet, etwas auszustrahlen und gleichzeitig die Seele zu nähren und mehr zu sich selbst zu finden. Wenn es sich also am Ende um wahre Verwirklichung handelt, hast du nicht nur etwas Neues in dieser Welt erschaffen, sondern auch etwas verändert, etwas verwandelt. Wahre Verwirklichung ist vergleichbar mit dem sogenannten Gesetz der Anziehung, wonach wir nicht versuchen, etwas zu uns anzuziehen, sondern eine Frequenz deiner Vibration anstreben, die wir bereits in uns haben. Dann strahlst du diese Frequenz aus, und diese Frequenz, diese Vibration, verwandelt sich in deine Bedürfnisse. Sie verwandelt sich in wunderschöne neue Möglichkeiten. Sie verwandelt sich in neue Dinge in deinem Leben. Und gleichzeitig wirst du mehr und mehr du selbst. Über viele Jahre hinweg haben die meisten Menschen nach dem alten Gesetz des Manifestierens gelebt, wonach man sich von der Vorstellung davon leiten lässt, was man angeblich will. Diese Methode ist altmodisch veraltet. Sie ist bestenfalls ein guter Einstieg. Wahre Manifestation besagt, ich habe bereits alles, was ich will, und ich will nichts, das nichts mit der Entfaltung meines authentischen Ichs zu tun hat. Ist euch bewusst, dass es keinen Kausalzusammenhang gibt, wenn ein Landwirt ein Saatgut anpflanzt? Der Rest geschieht von allein. Ein Samenkorn wird im fruchtbaren Boden gepflanzt und das, was sich bereits innerhalb des Samens befindet, wächst und gedeiht. Es wird sichtbar. Wir sind umgeben von unendlichen Möglichkeiten. Wir sind unendliche Wesen. Was geschieht also bei wahrer Verwirklichung? Es entsteht etwas, was bereits da ist und wächst, und dabei kannst du noch etwas lernen. Du wirst Glückseligkeit verstehen. Viele Menschen erreichen nie den Zustand der Glückseligkeit. Sie sind nur vorübergehend glücklich. Ein vorübergehendes, unechtes Glück, das auf einem vorübergehenden Umstand beruht. Glückseligkeit entsteht durch die Aktivierung deines Potenzials. Mit Hilfe von wahrer Verwirklichung wird dein Potenzial gefordert, und du erfährst Glückseligkeit und Freude auf eine schöne Art. Eine Art, die den meisten Menschen vorenthalten bleibt, weil sie nur ein vorübergehendes Glücklichsein erfahren, das auf Umständen beruht. Wenn dir gefallen hat, was du bisher gehört hast und es dich angesprochen hat, dann lade ich dich herzlich zur Masterclass ein. Dort erfährst du mehr über das Konzept und viel wichtiger, du lernst das Gefühl und die Verkörperung dieser Verwirklichung kennen. Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Even further, look forward to seeing you.